Willkommen zurück zu Stardewilly, ich bin euer Fiorubo Und ich weiß nicht, ob der erste und zweite Teil geklappt hat, weil der kam eigentlich jetzt ab der Folge raus Ich weiß nicht, ob das jetzt geklappt hat oder ob die Tatei wieder gespunden hat oder so Deswegen kann ich jetzt leider nix zu sagen, gerade ob die rauskommt, aber sonst Habt ihr auch nicht viel verpasst, ist halt Winter inzwischen und Ja, war ein bisschen Lamin und so, haben ein paar Sachen gesammelt Und anscheinend finden die Tiere hier im Winter ganz viel Äh, finden ganz viel genau, äh, produzieren ganz viel So Dafür krieg ich schon wieder ganz wenig, hab ich das Gefühl Hä, nach da Gut versteckt hier Aber trotzdem fehlt immer noch ein Enten-Ei Hat einer der einfach keinen Bock gehabt ne zu legen, hä? Nein Mir fehlt ein Enten-Ei Una verantwortlich von euch Enten So, dann gehen wir hier hin So, was habt ihr denn hier Schönes? Ja, ich muss mich an alle sehr viel Milch geben Okay, der will nicht Aber bei dem können wir noch die Schere ansetzen Zensurschere Bam, bam, bam So Ertreffen haben wir jetzt leider keinen mehr Das kann ich leider nichts mehr machen Was für die Tiere entscheiden sich doch plötzlich mal wieder raus zu gehen Das aber glaube ich nicht passieren wird So, gut Zack So, wie sieht es mit unserem Sido eigentlich aus? Wie viel ist denn da jetzt noch drin? Obwohl, Leute, kann ich ja wieder einkaufen gehen, stimmt Aber wie fahren wir denn hier drin? Schau mal 176 noch Da habe ich gerade behaupten Da könnte ich sogar wirklich mal eben noch was kaufen gehen So, ähm Der Rabbit kommt da rein Und hier kommt Der ist da fein So, gut Dann gehen wir erstmal nach unten schauen Das ist übrigens sexy mit meinen Galaxy Boots aus, finde ich Passt denn so schön zu meiner Haarfarbe So, ist die Olle da Aber das ist noch zu früh Aber da sind wir immer Huh Den hatten wir noch nicht Deswegen gehe ich immer auf, wenn man jagt So, vielleicht finden wir noch mal ein paar Bücher Aber Glaube ich ja nicht Ich glaube, jetzt kommt ja die Zeit, wo wir nur noch Artefakte finden können So, hallo Oh, ja Ich hätte gerne ein bisschen Heu So, 250 Stück, das sollten reichen Howdy, 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 howdy So, ähm Wir gehen auf die Lung Zack Ich gehe einfach mal den Weg vom letzten Mal vorum gekehrt Nix, immer, immer Oh, ja Jetzt ist viel traurig So Geioden haben wir aber noch Ja, wir haben ein paar Geioden Die wir knacken lassen können Da lassen wir mal knacken, Alter Okay, was habe ich da für den Ding gefangen Okay Jetzt habe ich einfach Fisch gekauft bei dem Egal Egal, egal Wir haben es ja eh Wir haben eh genug Money Wir gehen ein bisschen nach hier oben noch Natürlich bin ich schlau und läuft natürlich komplett falsch Da nehmen wir die Mülltonne noch mit Die Mülltonne nehmen wir noch mit Ah, okay Stimmt, ja Äh, doppelter Weg Egal Ich bin dumm Oh, meine Nautilus-Müschel Uh, zwei Stück sogar direkt Keine Würmer hier Ich muss Würmer töten Das sind ja Martefakte Die Müll Wichtig sind So Wow, alle sind wohl, ne? Batsch Uh, uh Mixed Seeds Ui, 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 ui Alter Schwede, das ist zu hart Oh, jetzt kann man ihm, äh, Essen holen gehen Wenn er was tolles, leckeres hat Hast du was leckeres zu essen für mich? Vielleicht verkauft er ja auch immer die Äpfel Ach ja, der Herr bequemt sich ja erst runter Stimmt ja So Und jetzt ist der Herr da Jetzt ist der Herr da Und hat Eiscreme Wow Wärten ja nochmal Kaffee mitnehmen können eigentlich Na egal, äh, so Wir gucken mal eben hier eben schnell Ansonsten packen wir nochmal eine Mini-Bomben oder weiter Und dann sprengen wir uns einfach mal ein bisschen durch die Gegend Das ist ein Sprengkommando spielen, genau Ja, gehen wir erst mal hier oben hin Müssen wir eine Mölle suchen wieder Das ist ja wichtig, ne? So, geh hier oben, hier, bam Zehn Steine, wow Das kennen wir auch schon Das kennen wir auch schon Den Helm haben wir auch schon gehabt Eine Kohle, wow Oh, nochmal, wow Ah, ne, das ist unterschiedlich, okay Okay, hat sich ja voll gelohnt Stimmt, meine ich, dass ich davon irgendwas zu dem geben kann Aber doch, stimmt, ich habe nochmal einen Juwelierring Hast du, die Ringen haben wir auch schon Ernst, durft Tatsache Okay Stimmt, halt nur so beim Ring Boah, geil, den kann ich auf jeden Fall abgeben Und nur Einfach nur So, gehen wir hier schnell hin Ich schmeiß mal die ganzen Scheiß mal hinweg So, haben wir denn irgendwas Wir haben Kohle So, gut Gut, den Fisch kann ich jetzt zum Braten benutzen, theoretisch So, ne, ist da die falsche Truhe Hier die Truhe Äh, der Teufel kann ich nur weg Äh, der Teufel kann ich nur weg Schmeißen Ach, geht sogar wunderbar So, äh, hier kommst du rein Äh, wieder 18 Mixed Heats, nice Äh, so, jetzt kommen wir, ne Kommst du da rein Warte, ich Können wir alle mitnehmen So, wird mich verkauft Habe ich noch keine Note Du hast schon hier drin gehabt Oh, okay, gut Äh, Steine, aber Steine Könnte ich auch drin lassen, theoretisch So Nehmen wir mal hier hin So, zapp, zapp Nehmen wir mal die Survival Burger mit So So So, ich glaube mit einem riesigen Ring durch meine Gegend Äh, mit den Händen durch die Gegend, aber Das ist natürlich nicht für meine Frau So Ich habe einen Hasen gehört Oh nein Er wird uns fressen Uns alle töten So Hängen wir erst mal hier hin Ich habe die Scheiße Ich habe die Bomben vergessen Na gut, dann gibt es den Morgenbomben Spaß in der Mine Oh, ein bisschen Kohle Haben wir jetzt irgendwelche Scheiß? Äh, ne Dingsumste wieder hier, ja Keine Würmer oder so Würmer könnten ja zumindest mal sein, ne Bin ich ja der Meinung So Hallo, hallo Hier, kauf mal das Das und das Bitte, danke Bouncewater Okay Auch gut So Ah, die Skymaske 20.000 Kannst du die, was? Also dann kann ich die so bekommen So, da hat sich nichts geändert Jetzt kann ich was geändert Das ist die Bewezel Und das ist die Bewezel Und Slums Noch keine 100 Stück mehr Uh, dann kann ich die Slums voll So So Schon wieder Holy Zeug Holy shit So, dann gehen wir wieder in die Let's nehmen dann hier Und wir kriegen eine Bombe Nice Da haben wir eine Leiter Vielleicht ja eh nicht aus Wenn jetzt Wie groß das So können wir das denn noch Ne? Äh Ist einfach nur so aus So Zack 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 Alles klar So Dann gehen wir mal weiter Hui Naja Hat sich nicht wirklich gelohnt Aber egal So Kommt du ja Können wir nicht mal eben schnell So Ah ja Ich kann gut gehen und fahren Ich weiß immer Ich weiß immer Der hinter den Punkt ist drauf Als Der hat mir ausgehalten Oder so Ich weiß auf jeden Fall Die mit dem Stern Die tue auch mal auf jeden Fall was So weit bin ich schon mal Geoden Yeah Noch mehr Geoden Wuhu Und ein Topaz Heilabendisch Komm ich später Gold Wuhu Zack Zack Ich mach nochmal eine Trip in die Wüste Ist jetzt in der Wüste eigentlich auch Schnee Ist ja nochmal das dann zu essen Zack Doch du seid doch nervig Das kommt doch nur der mit dem scheiß Nebel an Ja traut euch doch mal Endlich Mein Gott ey Feigenschwein Ah toll Da tritt ich ja rum Ja komm daher Wow Na was ist das jetzt Na komm daher Hier komm Ich hab mich den ganzen Tag Zeit So zack So zack Das kommt sich schon wieder an Mein Gott sind die nervig Was ist denn hier So Erledigt Ich hab irgendwie gewusst Das ist so ein Fies Das hat jetzt so im Blut Ah das ist halt runter Nice Er will mich verzaubern Nein Oh da tritt ich auch noch Quett Warum So da tritt auch noch was So zack So zack Tod So Dann sollen wir noch weiter Geioden und alles sein So Jetzt haben wir auf jeden Fall Sehr viele Geioden geknackt Naja Nix so dolles Muss man sagen Aber egal So weiter geht's Oh komm Da haben wir direkt Diamant Waren schon wieder Pilze Wuhu Wenn unser Typ eigentlich hier Zum Pilzjunkie wird So weg mit dir Nerviges etwas Bam 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 Nein Er hat Angst Oh wie süß Hey wir haben eine Bombe bekommen Nice Können wir einsetzen Und zwar Hier einfach mal Nice Loh und jetzt ist es nicht wirklich Aber egal Er hat sowjetische Explosionen Bam Da kriegen ein paar Geioden und so Hallo Triffst du ihn jetzt mal bitte Danke Nervige Fledermäuse Ah du schon wieder Okay Wenn ich dich immer kaputt haue Eine Bombe von dir Scheinbar nicht Schade Wäre das so ein guter Bombenspawner gewesen Leben hätte einen Sinn gehabt Leben hätte einen Sinn gehabt Bam 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 Ich schau mich hier durch Ah ist ja noch eine Fledermäuse Oh Nicht nervig oder so Badwing 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 So Wo sind wir denn 119 Let's Leben Wir haben schon 12 Uhr Oh nein Dann schauen wir eben hier durch Da schauen wir die Leute runter Oh eine Fledermäuse Eine Fledermäuse Nein Bzwings hat sich der sich noch gelohnt Wahrscheinlich Gut dann gehen wir runter So Ja Die ist mein Danke Naja Ist eine Uhr Passed up Dipp 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 Wir haben ja alles für die Kontrolle So Wir tun hier rein Dat rein Dat 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 Und dat Und dat Mehr haben wir auch nicht Ne Schade Ich habe diesmal kein Iridium bekommen Ist ja schade So Dann kommen das hier rein Und dat da rein Den werden wir verkaufen können Wir gehen auch morgen Äh So Den wird Der wird morgen verkauft Dich behalten wir So Mineral A ropolis Weit Bauzeug So Gut Blub 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 Es bekloppt das alles Das System hier So der Topaz kommt hier an, okay 14 Topaz haben wir schon, wow so, dann schlafen wir mal wunderschön, würde ich sagen und wie viel gemacht, ja, 6000 ja, gut, ja, das ist jetzt gar nichts zu gut dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder haut da rein, ciao, ciao